Hühner, Tauben und Kaninchen. Willkommen bei der sechsten internationalen Robert-Röttel-Kleintierschau im Messepark Löber. Am letzten Oktoberwochenende erwartet Sie neben Aquarien und Terrarien die zweite Landwirtschaftsausstellung mit neuster Technik regionaler Händler. Egal ob Traktor, Mehldrescher oder Sehmaschine, alles hautnah. Ganz neu dabei, Jagd und Forst in der Blumenhalle mit Trophäenschau, Jagdbläsern und Schauvorführungen. Vielen Dank.